Der Schlüssel zur Intelligenz einer Maschine liegt nicht darin, den veralteten Turing-Test zu bestehen, sondern darin, was ein System tun oder verstehen kann oder ob es in der Lage ist, über abstrakte Zeithorizonte zu planen. Das zumindest sagt Mustafa Suleyman, Mitbegründer des KI-Forschungslabors DeepMind, das heute von Google betrieben wird. Der Turing-Test wurde in den 1950er Jahren von Alan Turing entwickelt. Mit dem Test soll festgestellt werden, ob eine Maschine über ein menschliches Denkvermögen verfügt. Menschliche Tester beurteilen, ob sie mit einer Maschine oder einem Menschen interagieren. Geht die Maschine dabei als Mensch durch, gilt der Test als bestanden. In Zeiten von JetGPT und Co., auch generative künstliche Intelligenzen genannt, gilt dieser Test als überholt. Suleyman schlägt in seinem Buch The Coming Wave Technology, Power and the 21st Century Greatest Dilemma einen überarbeiteten, moderneren Turing-Test vor. JetBots wie JetGPT sollten getestet werden, ob sie aus 100.000 Dollar eine Million Dollar machen können. Im Rahmen des Tests sollten JetBots eine Geschäftsidee für den Online-Handel recherchieren, einen Plan für das Produkt entwickeln, einen Hersteller finden und das Produkt dann verkaufen. Statt sich auf die vage Möglichkeit einer universellen künstlichen Intelligenz zu konzentrieren, wäre es laut Suleyman sinnvoller, sich kurzfristig erreichbare Ziele zu setzen. Suleyman nennt dies leistungsfähige künstliche Intelligenz. Damit sind Systeme gemeint, die sich selbst Ziele setzen und komplexe Aufgaben mit einem Minimum am menschlichen Eingreifen erledigen können. Es ist nicht nur wichtig, was eine Maschine sagen kann, sondern auch was sie tun kann. Suleyman geht davon aus, dass eine solche künstliche Intelligenz bereits in den nächsten zwei Jahren erreicht sein wird. Was haltet ihr von dieser Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.